Moin moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Death Pro Duell und heute spielen wir Constellars. Oh yeah, Algidi First Turn, that's what I'm talking about. Nein, das ist wunderbar, wir haben hier Chaos schon und wir haben Sombrio, alles cool, guter First Turner, der Gegner spielt 46 Karten im Main. Ich hoffe, er spielt nicht Vayler oder Max-C, das ist auf Algidi immer ziemlich ranzig. Und, ja, leveln wir mal unsere Monster auf hier. Level up! Aber bloß nicht weiterentwickeln hier. Denn ich will euch eigentlich zusammen hier bringen und euch zu einem Play-Dies machen. Da ich noch nicht weiß, gegen was ich spiele, möchte ich noch nicht Stinky bouncen, glaube ich, bin mir gerade nicht sicher. Ich könnte sofort bouncen, damit ich im nächsten Sucht wieder entweder einen Bär oder ein Dings mir holen kann. Das Einzige, was mich stören würde, wäre Dark Hole. Ich behalte lieber das Material und, ja, gegen Shadows, Soul Drain First Turn ist schon ziemlich gut. Also, wenn da tatsächlich eine Fusion kommt, dann kann es mir recht sein. Ah, Leila, okay. Bauen wir mal das Teil zurück. Das nervt Light Swans immer wieder. Cooles Burial. Ich gehe mal Safety First hier, Soul Drain. Ich weiß nicht, was er reinwerfen will. Ich will es auf jeden Fall negaten. Ich weiß jetzt nicht, ob Shadows sind oder ob es tatsächlich Dings ist. Light Swans einfach, dass jetzt ein Wolf reingeht oder so. Daher, Soul Drain, Safety First und dann ist alles cool. Necrokardner, wunderbar. Soul Drain, super, super Karte dagegen. Ähm, Wiretap. Yay! Die wird mir so viel bringen. Also die Breakthrough Skill auf jeden Fall. Ähm. Ja, dann legen wir mal los mit Play-Dies. Äh, bei uns nutzt Tanki zurück. Nutzen das Ding wieder. Es ist ja so toll, was an Play-Dies ist. Oh, immer wieder nutzen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt für Bear gehen möchte. Bear ist richtig gut. Chaos. Ähm. Bräu nicht unbedingt, ähm, weil ich kann die mir sowieso gleich wieder rausholen mit Sombrio. Ich würde sagen, wir gehen mit Sombrio weiter hier. Und falls es Probleme gibt, haben wir dann den Beeren. So. Dann Gidi banischen wir und schnappen uns Chaos. Aber ich fühle mich hier total wie Dian wollen. Immer schnell den Gensarren muss er auf Sombri klicken, damit man den Normal-Sammel bekommt. Und dann gehen wir auf den Damage. Mal gucken, ob er auch noch Hand-Traps spielt. Nein. Sehr schön. Machen wir ordentlich Damage hier. Und gehen eben weiter auf den Keks. Ähm. Play-Dies ist natürlich der größte Hass dagegen. Ach, wir hätten auch noch, äh, Dings eigentlich machen können. M7 direkt. Wäre sinnvoll gewesen. Nur weil hätten wir 200 Damage mehr gemacht. Play-Dies ist super. Weil solange sie den Normal-Sammel nicht durchkriegen, passiert da gar nichts. So, und den legen wir einfach über den ersten Play-Dies und die Wild-Tap behalte ich in der Hand. Also das ist Banane. Oh, okay. So, 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 Recharge. Ähm, Finn B, Wolf. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Was hat der Maiden? Oh Gott, Charge. Jetzt geht's los da drüben. Äh, er hat erst zwei Namen. Das ist in Ordnung. Äh, er hat einen Tuner auch drin, ne? Und einen Vierer. Oh Gott. Mal gucken. Geht wahrscheinlich für den Normal-Sammel entweder Lumina oder Lila. Äh, Lumina, weil Lila ist zu langsam. Ja. Oder er gibt einfach auf. Ähm, da sieht man einfach, wenn man tatsächlich, ähm, sofort mit seinen Concellars loslegen kann und Play-Dies aufs, aufs Feld legt, dann kann man relativ schnell das Spiel kontrollieren. Vor allem bei einem Deck wie Light Sworn, das erstmal auf den Normal-Sammel angewiesen ist, damit sie milen können und danach auf diese starken Special-Sammels zugreift. Aber wenn man sie bis dahin gar nicht kommen lässt, dann passiert da auch nichts mehr. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.